Ich freue mich auf das Wochenende und unseren Europaparteitag in Essen. Wir sind bewusst nach Essen gegangen, in die Kulturhauptstadt, nach Nordrhein-Westfalen, um auch einen Akzent für die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen zu setzen. Die wichtigste Aufgabe dieses Arbeitsparteitages wird es sein, ein Europawahlprogramm zu verabschieden. Es gibt viele Anträge, es wird spannende Diskussionen geben. Aber ganz zum Schluss wird eines klar sein. Die Linke steht für ein friedliches, für ein soziales und für ein ökologisches Europa. Eine starke Linke auf europäischer Ebene ist notwendig. Da tragen wir als deutsche Linke eine besondere Verantwortung. Wir werden auch die Wahlen für die Europaliste haben, wo ich mich freue, dass der Vorsitzende Lothar Biski für den Spitzenplatz kandidiert.